Die Autos, die Autos, die flinken, bunten Autos, sie bringen uns schnell, die Schlimmervers sind so hell, sie helfen uns viel mit. Die Autos, die Autos, die großen und die kleinen Autos, sie fahren, sie brummen, keine Zeit zu verschlummern, sie helfen uns viel mit. Schaut mal, aus der Garage fährt ein großes Fahrzeug raus. Das ist ein Kran. An seinem Ausleger hängt eine große Abrissbirne. Und was für ein Fahrzeug ist hinter dem gelben Garagentor? Ein gelber Wasserwagen. Ein blauer Wasserwagen. Ein grüner Wasserwagen. Ein roter Wasserwagen. Lasst uns Wasser in den Tank füllen. Oh, im Tank sind Bälle. Ich frage mich, wo die Fahrzeuge hinfahren. Rot, anhalten. Gelb. Grün. Ihr könnt weiterfahren. Ein Häuschen mit einem gelben Dach. Kran, drück auf den Knopf. Aber vorsichtig. Gut gemacht. Das Tor geht auf. Gelbe Bälle. Und ein gelber Fisch. Der gelbe Fisch kommt in den Wassertank. Spring. Der Kran fährt zum nächsten Häuschen. Es hat ein blaues Dach. Und ein blaues Dach. Und ein blauer Fisch. Spring in den Wassertank. Lass uns das Tour des Häuschens mit dem grünen Dach aufmachen. Grüne Bälle und ein grüner Fisch. Springen! Dieses Häuschen hat ein rotes Dach. Öffnen wir das Tor. In diesem Häuschen wohnt ein roter Fisch. Springen! 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 Oh, das ist ein Ballbecken. Da kommen jetzt die bunten Bälle rein. Viele, viele Bälle. Und hier sind die Fische. Schwimm kleiner Fisch. Noch einer, noch einer und noch einer. Das gefällt den Fischen. Das gefällt den Fischen.